So, ich weiß immer nicht, wo ich mit meinem Handy hin soll, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Wenn ich das in der Handtasche habe, dauert das immer ewig, bis ich das rausgekramt habe. Und deshalb habe ich mir jetzt hier mal so eine Handykette bestellt. Da hinten ist auch gleich noch so ein Ring dran, wo man das mit festhalten kann. Und mein Handy hat eine Größe von 15,5 x 7. Und da kann man das wunderbar dran machen. Einfach hier so anklicken. Es ist sehr dehnbar. Und sitzt bombig fest. Was ich gut finde, man hat hier hinten auch gleich noch Platz für den Fingerabdruck. Der wird ein Andrucksensor, der wird nicht bedeckt. Die Kamera wird nicht bedeckt. Hier vorne die Kamera ist nicht bedeckt. Und hier ist ein Silikonband dran, wo man das um den Hals hängen kann. Super praktisch. Passt also auf alle großen Telefone. Die Strippe ist 30, also 39 cm lang, kann man das gut um den Hals hängen. Eine tolle Sache. Ich bin damit super zufrieden. Und das ist auch richtig strapazierfähig und hält super fest. Okay, das war's. Kurz, knapp und bündel.